In diesem Video wirst du alles lernen, was du brauchst, um im Themenfeld Ableitungen so richtig, richtig abzuliefern. Ich bin Rick, dein Abi-Coach und ich möchte dir auf diesem Channel ganz viele hervorragende Zusammenfassungen liefern, damit du ein richtig, nice-it Abi schreibst. Heute also geht es um Ableitungen und diese Themen habe ich mir für dich überlegt. Wir schauen uns zunächst einmal die wichtigsten Begriffe an. Drei sind zentral. Ableitungswert, Ableitungsfunktion und Ableitungsregel. Danach schauen wir uns die wichtigsten Tools an. Ableitungsregeln sind wichtig. Acht Stück habe ich dir rausgesucht. Das sind die acht, die wichtig sind, um im Abi eine gute Figur zu machen. Am Ende noch vier Anwendungen. Die momentane Änderungsrate, die Tangentensteigerung sowie Extrem- und Wendestellen. 15 Kapitel haben wir. Ich werde unten wieder Timestamps anlegen. Das bedeutet, du kannst also in das Kapitel hüpfen, das für dich gerade interessant ist oder in das vorherige oder das nächste Kapitel gehen. Je nachdem, was für dich gerade wichtig ist. Wie du es machst, ist dir überlassen. Schau dir aber auf jeden Fall am Ende die Zusammenfassung an. Da sage ich das Wichtigste nochmal in Kürze und gebe dir noch ein paar weitere Vorschläge zum Üben. Das Skript hier kannst du dir übrigens kostenlos von meiner Homepage runterladen. Wie das geht, steht in der Infobox. Da findest du auch einen Link zu meiner Website. Jo, und ich würde sagen, wir starten mal mit den wichtigsten Begriffen. Let's go! Begriff Nummer 1, der sogenannte Ableitungswert. Dazu einmal eine Definition. Der Ableitungswert einer Funktion f an einer Stelle x0 beschreibt die Steigung des Graphen gf dieser Funktion bei x0. Ein Ableitungswert ist also ein Wert für eine Steigung. Der Ableitungswert ist also eine reelle Zahl und das ist total wichtig. Und vielleicht sagst du jetzt sowas wie, oh, das ist aber ein bisschen umgangssprachlich. Und dann würde ich sagen, ja, stimmt auch. Mathematisch präzise ist der Ableitungswert der Grenzwert des Differenzenquotienten. Mathematisch präzise ist auch wunderbar, wird dir im Mathe-Abi aber nicht viel weiterhelfen. Merk dir am besten, Ableitungswert ist eine Zahl und beschreibt eine Steigung. Beispiele. f von x gleich x² hat an der Stelle x0 gleich 1 die Steigung f' von 1 ist gleich m ist gleich 2. An der Stelle x0 gleich 2 hat der Graph die Steigung 4, bei x0 gleich 3 die Steigung 6 und bei x0 gleich 4 die Steigung 8. Das sind also jeweils Steigungen dieses Graphen an der Stelle oder an einer Stelle x0. x0 hat auch mit 0 gar nichts zu tun, heißt einfach nur, dass es eine ganz bestimmte Stelle ist. x steht immer für alle Werte des Definitionsbereiches und x0 gleich 1 zum Beispiel ist eine ganz bestimmte Stelle. Wir schauen uns die Sache mal grafisch an. Oh, grafisch, ich liebe das. Wir sehen hier den Graphen der Funktion f von x gleich x². Eine klassische Parabel, kennen wir. So, jetzt können wir uns an der Stelle 1, hier ist der Punkt, der Berührpunkt, hier in lila dargestellt, hier unten, Stelle 1, jetzt mal eine Tangente vorstellen, die würde so aussehen. Ich kann noch ein bisschen ranscrollen. So, jetzt kannst du gut sehen, wir haben hier die Stelle 1 und wir haben hier in lila dargestellt, die Tangente. Was hat die für eine Steigung? Ja, wir gehen ein Kästchen nach rechts und 2 nach oben. Steigung also 2. Wenn wir also bei der Stelle 1 an den roten Graphen eine Tangente anlegen würden, dann hätte die die Steigung 2. Warum? Ein Kästchen nach rechts, 2 nach oben. Der Ableitungswert bei x0 gleich 1 ist also 2. Gut, das gleiche können wir noch an einer anderen Stelle machen. Nehmen wir mal die Stelle 2. 2? Ach, hier oben. Okay. Hier entsteht also jetzt der Punkt 2, 4. An der Stelle x0 gleich 2 liegt jetzt auch wieder eine Tangente an, hier in grün dargestellt. Und jetzt wieder die Frage, diese Tangente hier in grün dargestellt, was hat denn die für eine Steigung? Was hat diese Tangente für eine Steigung? Na ja, ich gehe ein Kästchen nach rechts und hier 4 nach oben. Die Steigung wäre also 4. Also wenn ich an der Stelle 2 an den roten Graphen diese grüne Tangente anlege, hätte die die Steigung 4. Die erste Ableitung von f an der Stelle x0 gleich 2 ist demnach 4. Ein Beispiel haben wir noch. Die Stelle heißt 3. Dann entsteht hier der Berührpunkt mit den Koordinaten 3 und 9. Und auch da können wir eine Tangente anlegen. Hier in blau dargestellt, hätte jetzt hier die Steigung 6. Wir gehen eine Einheit nach rechts und 2, 4 und 6 nach oben. Das wäre hier die Überlegung. Also wenn wir an der Stelle 3 eine Tangente an den Graphen von f anlegen würden, hätte die entstehende Tangente die Steigung 6. Oder kurz gesagt, die erste Ableitung von f an der Stelle 3 oder f' von x0 ist eben hier 6. Und so kann man an den verschiedenen Stellen, weil hat man gesagt 1, 2 und hier in blau 3 eben diese verschiedenen Tangenten anlegen. Diese Tangenten haben also jeweils eine Steigung. Die lila Tangente hat die Steigung 2. Die grüne Tangente hat die Steigung 4. Und die blaue Tangente hat die Steigung 6. Und das sind genau die Ableitungswerte, die wir gerade hier im Beispiel aufgeführt haben. Hier bei x0 gleich 1, 2. Bei x0 gleich 2, 4. Und bei x0 gleich 3 eben 6. Die nächste Tangente, die hat eben die Steigung 8. Die wäre noch steiler. So, jetzt führen wir das zusammen. Zum Begriff der Ableitungsfunktion, die ich hier wie folgt definiere. Die Ableitungsfunktion f' einer Funktion f beschreibt die Steigungen der Funktion an jeder Stelle x0. Wenn wir also, naja, diese Steigungen für jede Stelle x0 auftragen, dann entsteht eine neue Funktion, die Ableitungsfunktion. Die Ableitungsfunktion ist also eine Funktion. Hier ein paar Beispiele. Die erste Ableitung sagen wir, die Ableitungsfunktion von f von x gleich x² heißt f' von x ist 2x. g von x gleich x hoch 3 ist abgeleitet g' von x gleich 3x². h von x gleich e hoch x ist abgeleitet h' von x gleich e hoch x. e-Funktion bleibt beim Ableiten erhalten, das ist nice. Und i von x gleich 8 ist abgeleitet i' von x gleich 0. Du schreibst also an den Ausgangsbuchstaben der Funktion ein Strich dran. f' beschreibt die Ableitungsfunktion von f. e-Strich beschreibt die Ableitungsfunktion von g und so weiter. Als letztes werde ich noch den Begriff Ableitungsregel vorstellen. Dazu auch wieder eine kleine Definition von mir. Eine Ableitungsregel ist eine eindeutige Rechenvorschrift, also ein Tool, um eine Funktion f in die zugehörige Ableitungsfunktion f' zu überführen beziehungsweise zu einer Funktion f, eine zugehörige Ableitungsfunktion f' zu erzeugen. Eine Ableitungsregel ist ein Tool. Ableitungsregeln sind Tools, kann man also wunderbar trainieren. Unten in die Infobox stelle ich dir alle Videos zum Thema Ableitungsregeln von diesem Channel rein. Und ich kann dir sagen, das sind einige. Du kannst ja also noch wunderbar weiter trainieren, wenn du dir in der Infobox die zugehörigen Videos anguckst. Es gibt zum Beispiel elementare Ableitungsregeln. Sinus von x ist abgeleitet, Cosinus von x. Es gibt die Potenzregel, x² ist abgeleitet, 2x. Und die Kettenregel, e hoch 4x ist abgeleitet, 4 mal e hoch 4x. Das wären drei Beispiele für Ableitungsregeln. Und ich würde mal sagen, diese Regeln, davon gibt es insgesamt acht, die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Die elementaren Ableitungsregeln, und davon gibt es fünf. Merkst du dir am besten alle, beziehungsweise zumindest die ersten vier. Tangens ist eher so nice to have. f von x gleich e hoch x. Die Ableitung heißt dann f' von x gleich e hoch x. Die Ableitung der e-Funktion ist sie selbst. Die e-Funktion bleibt beim Ableiten erhalten. g von x ln von x, der Logarithmus, der natürliche, ist abgeleitet, 1 durch x. g' von x ist 1 durch x. Sinus von x ist abgeleitet, Cosinus von x. Cosinus von x ist abgeleitet, Minus Sinus von x. Und Tangens von x ist abgeleitet, 1 durch Cosinus² von x. Tangens, kannst du dir merken, musst du aber auch nicht, steht gewiss auch in der Formelsammlung. Shortcut kann man sich noch merken, hier diese lustige Sinus-Cosinus-Uhr. Sinus ist abgeleitet, Cosinus. Cosinus ist abgeleitet, Minus Sinus. Minus Sinus ist abgeleitet, Minus Cosinus. Und Minus Cosinus ist abgeleitet, Sinus von x. Gerne merken, das sind die elementaren Regeln. Mega nice. Die Konstantenregel, f von x gleich c, wenn du so eine Funktion hast, eine sogenannte konstante Funktion, dann ist ihre Ableitung f' von x stets 0, solange c hier eine reelle Zahl ist und da drin kein x vorkommt oder so. Ziemlich simpel, Beispiele hier, f von x gleich 8 ist abgeleitet, f' von x gleich 0. g von x gleich 1 halb, die Ableitungsfunktion heißt, g' von x gleich 0. h von x ist e, die Ableitungsfunktion heißt, h' von x ist 0. Konstante Zahlen fallen beim Ableiten also weg, bzw. wegfallen ist nicht so eine schöne Aussage, die werden zu 0. Eine konstante Summanden werden beim Ableiten zu 0. Wenn du also hinten irgendwie eine konstante Zahl c ranaddierst, also eine 8 oder ein halb oder e, dann wird eben dieser Summand zu 0. Es ergibt auch total viel Sinn. Ich habe die drei Beispielfunktionen hier mal in ein Koordinatensystem gezeichnet. Du siehst in grün den Graphen der Funktion f von x gleich 8. Jedem x-Wert wird der Funktionswert 8 zugewiesen. Es entsteht eine waagerechte Gerade. In rot der Graph der Funktion g von x gleich 1 halb. Jedem x-Wert wird der Funktionswert 0,5, also 1 halb zugewiesen. Der Graph auch eine waagerechte Gerade. Und in blau der Graph der Funktion h von x ist gleich e. Also bei e, 2,7 irgendwas, haben wir hier auch eine waagerechte Gerade. Das sind die drei Beispielgrafen. Und wenn wir die jetzt ableiten würden, würde eben 0 entstehen. Warum? Weil die alle über keinerlei Steigung verfügen. Oder jeder Graph hat an jeder Stelle seines Definitionsbereiches die Steigung 0. Und demzufolge wäre auch 0 eben die Ableitungsfunktion. Weil die dann wieder die Steigung dieser Funktion beschreiben würde. Wir haben waagerechte Funktionen. Wir haben keine Steigung. Ableitungsfunktionen. Also f' g' und h' von x jeweils 0. Dass das Konstantenregel heißt, musst du dir nicht merken. Merk dir einfach, Konstante Summanden werden beim Ableiten zu 0. Die Faktorregel. f von x ist gleich k mal g von x. Und k ist eine reelle Zahl. Da kannst du schreiben, f' von x ist gleich k mal g' von x. Das k bleibt also beim Ableiten erhalten. Wenn wir also mit einer konstanten Zahl multiplizieren, hier mit diesem k, dann bleibt das in der Ableitungsfunktion so stehen. Das ist ein Unterschied zum Addieren. Haben wir gerade gehabt. Wenn wir also plus k hinten dran schreiben würden, würde dieses k zu 0 werden. Wenn wir k mal haben oder mal k, dann bleibt dieses k hier eben bestehen. Beispiel f von x gleich 4 mal e hoch x. Das f' von x auch 4 mal e hoch x. Die 4 bleibt als konstanter Faktor hier erhalten. Und e hoch x ist abgeleitet e hoch x. g von x 1 halb mal Sinus von x. Konstanter Faktor hier 1 halb. Das ist k. Das ist k. Bleibt bestehen. Und Sinus von x ist abgeleitet. Cosinus von x. Konstanter Faktor bleibt bestehen. Das auch genauso merken. Konstante Faktoren bleiben beim Ableiten erhalten. Konstante Summanden werden zu 0. Konstante Faktoren bleiben beim Ableiten erhalten. Die Potenzregel. Wir haben eine Funktionsgleichung, die sich als Potenz beschreiben lässt. Also als eine Struktur wie hier eine x hoch n. Und n ist eine reelle Zahl. Wenn das der Fall ist, also wenn sowas hier gegeben ist, f von x gleich x hoch n, können wir die Ableitungsfunktion so aufbauen. F Strich von x ist gleich n mal x hoch n minus 1. n mal x hoch n minus 1. Das n, hier der Exponent, der kommt als Vorfaktor vor die Potenz. Und oben im Exponenten ziehen wir 1 ab. Exponent kommt nach vorn. Oben im Exponenten wird 1 abgezogen. Fünf Beispiele. x Quadrat. f von x gleich x Quadrat. Die Ableitungsfunktion heißt dann f Strich von x gleich 2 mal x hoch 1. Die 2, der Exponent, kommt als Vorfaktor vor die Funktion. Im Exponenten rechnen wir 2 minus 1. Übrig bleibt 1. Man kann auch einfach schreiben 2x. Das ist die Ableitungsfunktion. Nun so kannst du eben dann beispielsweise alle Steigungen ausrechnen, wenn du für x einfach einen bestimmten Wert x0 einsetzt. Wir haben das ja bei Punkt 2 uns auch grafisch angeschaut. So würde das hier aussehen. Hier mit der Potenzregel. g von x gleich x hoch 3. Die 3 kommen nach vorn. Haben wir 3 mal x. Oben 3 minus 1 ist 2. 3x Quadrat ist die Ableitungsfunktion von, oder g Strich von x gleich 3x Quadrat ist die Ableitungsfunktion von e von x gleich x hoch 3. Das geht auch, wenn der Exponent irgendwie eine komische Zahl ist. Zum Beispiel 17. 17 kommt nach vorn. Oben einer weniger. Bei Brüchen kannst du ja statt 1 durch x Quadrat x hoch minus 2 schreiben. Minus 2 kommt nach vorn. Oben einer weniger. Hier schön aufpassen. Minus 2 minus 1 ist minus 3. Nicht minus 1. Da in die richtige Richtung rechnen. Da liegen häufig Fehlerquellen. Habe ich häufiger schon in meinen Kursen gesehen. Da schön drauf achten. Wurzel kann man auch noch umformen. Ist hier in dem Fall x hoch ein Drittel. Auch da ein Drittel kommt nach vorn. Im Exponenten 1 weniger. Ein Drittel minus 3 Drittel ist minus 2 Drittel. Hier brauchen wir ein bisschen Bruchrechnung. So funktioniert die Potenzregel. Das geht bei ganzzahligen Exponenten. Das geht auch bei gebrochenen Exponenten. Der Exponent kommt nach vorn. Und oben im Exponenten dann 1 abziehen. Merkt ihr gerne die Potenzregel. Die ist sehr sehr wichtig. Achtens. Die Summenregel. f von x gleich g von x plus h von x. Wir schreiben das also so als Summe. Hier zweier Funktionsterme. Dann können wir diese beiden Ausdrücke einzeln ableiten und dann einfach wieder addieren. Also f' von x ist g' von x plus h' von x. Das machen die meisten Schülerinnen und Schüler auch intuitiv richtig. Also du kannst hier als Beispiel x² und 1 einzeln ableiten. Dann ist alles easy. Die x² ist mit der Potenzregel abgeleitet 2x. 1 ist mit der Konstantenregel abgeleitet hier 0. 2x plus 0 ist 2x. Erst Summenregel, dann Potenzregel, dann Konstantenregel. Den nennen musst du das nicht. Du musst am Ende 2x rausbekommen. Dann ist alles cool. g von x gleich e hoch x plus 4x ist abgeleitet e hoch x plus 4. Summenregel haben wir hier erst eine elementare Ableitung. Das ist einfach e hoch x. Und plus 4x ist dann eben abgeleitet 4. Merkt ihr, in Summen werden die Summanden einzeln abgeleitet. In Summen werden die Summanden einzeln abgeleitet. Relativ intuitiv und auch nicht so kompliziert. Kettenregel. Wir haben eine Funktion dieser Art. f von x gleich g von h von x. Also eine Funktion, die ineinander verkettet ist. Wir haben eine innere Funktion h von x und eine äußere Funktion e von. Wenn man so möchte, dann sieht die Ableitung so aus. h' von x mal g' von h von x. Hier vielleicht nicht ganz so intuitiv. Beim Beispiel wird es aber gleich klar. x² plus 1 in Klammern hoch 4. Die innere Funktion heißt x² plus 1. Das, was hier in Klammern steht. Das ist quasi h von x. Die äußere Funktion ist hoch 4. Das wäre jetzt hier in diesem Beispiel g. Und jetzt machen wir Ableitung der inneren Funktion mal Ableitung der äußeren Funktion. Wir leiten also x² plus 1 ab. Das ist 2x. Das ist die Ableitung innen. Und dann noch die Ableitung der äußeren Funktion. Das ist dieses hoch 4. Hoch 4 mit Potenzregel. 4 kommt nach vorn. Hier kommt nach vorn. Oben 4 minus 1 ist 3. 2x ist die Ableitung der inneren Funktion. 4 mal bla 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 hoch 3 ist die Ableitung der äußeren Funktion. Jetzt noch 2x und 4 zusammenfassen. Zu 8x mal in Klammern x² plus 1 hoch 3. Und dann sind wir hier fertig. Das wäre hier schon die Ableitung. Muss man nicht noch zusammenziehen. Aber ist natürlich ein bisschen schicker. g von x gleich e hoch x² plus 1 ist das zweite Beispiel. Die innere Funktion heißt hier x² plus 1. Das ist die gleiche innere Funktion wie hier. Auch wieder abgeleitet 2x. e hoch bleibt beim Ableiten wieder e hoch. Und dann haben wir hier als Ableitungsfunktion 2x mal e hoch x² plus 1. Wenn das zu schnell ging, pausier gerne das Video doch mal. Schau dir das nochmal in Ruhe an. Oder schreib mir eine Frage in die Kommentare. Ich beantworte sie immer gerne. Merk dir gern als Shortcut. Ableitung innen mal Ableitung außen. Ableitung innen mal Ableitung außen. Zehntens ist die Produktregel. f von x gleich u von x mal v von x. Wir haben also 2 von x abhängige Funktionen, die miteinander multipliziert werden. Links und rechts vom Malzeichen muss was mit x stehen. Wie x mal e hoch x, 2x mal Sinus von x und so weiter. Dann heißt die Ableitung f' von x gleich u' von x mal v von x plus v' von x mal u von x. u' v plus v' u. Manche Lehrkräfte vertauschen hier hinten noch v' und u zu u und v'. Das kann man gern so machen. Faktoren und Summanden kann man ja vertauschen. Ich merke mir aber gern diese Regel. u' v plus v' u. Einfach weil sie so schön rhythmisch klingt und einfach so gut ins Gehirn geht. u' v plus v' u. Nice. Beispiele f von x gleich x mal e hoch x. u ist x, v ist e hoch x, u' ist 1, v' ist e hoch x. u' ist 1, v ist e hoch x, v' ist e hoch x, u ist wieder x. u' mal v plus v' mal u. Wenn das zu schnell ging, pausier gern das Video nochmal und mach dir eine kurze Notiz auf dem Schmierzettel, dass du das sehen kannst, dass das auch alles hinhaut. e hoch x kann ich noch ausklammern. e hoch x mal in Klammern x plus 1 ist hier also die handlichere Variante. Zusammenfassen musst du hier nicht. Das wäre schon die Ableitung. Also das Zusammenfassen gehört zum Ableiten nicht mit dazu. Zweites Beispiel, g von x ist 2x mal Sinus von x, u ist 2x, v ist Sinus x, u' ist 2, v ist Sinus x, v ist Cosinus von x und u ist wieder 2x. Zwei Ausklammern bringt uns 2 mal x Cosinus x plus Sinus x. Der Shortcut, also die E-Sitzbrücke oder, naja, die Kurzversion ist wieder u' mal v plus v' mal u. u' v plus v' u. mhm, 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 mhm. Kann man gut sprechen, ist rhythmisch pointiert, immer gut zu merken. u' v plus v' u. Produktregel, nice. Elftens heißt Quotientenregel und das ist die schwierigste Ableitungsregel, die man so in der Schule lernt. Wir haben einen Quotienten. Im Zähler, die Funktion, die nennen wir u von x. Den Nenner nennen wir v von x. Und dann haben wir hier die Ableitung u' von x mal v von x minus v' von x mal u von x geteilt durch v² von x. Okay. Beispiel hier. e hoch x geteilt durch x. e hoch x ist u. x ist v. Das Ganze in Ruhe. u' e hoch x ist abgeleitet e hoch x. Dann kommt v. Ist x. Ist x. Dann kommt v' nur x abgeleitet ist 1. Also minus 1 mal u ist wieder e hoch x. Im Nenner haben wir x zum Quadrat. Das ist einfach der Nenner hier. Quadrieren. e hoch x mal x minus 1 mal e hoch x geteilt durch x Quadrat. Kann man oben im Zähler noch e hoch x ausklammern. Und dann entsteht f' von x ist gleich e hoch x mal in Klammern x minus 1 geteilt durch x Quadrat. Ich würde empfehlen, wenn dir das in der Klausur oder im Abi mal passiert, u und v und u' und v' und v' und v² einzeln in Ruhe aufschreiben und dann entsprechend der Regel u' v minus v' u durch v² neu zusammensetzen. Ich habe jetzt vier Anwendungen rausgesucht, bei denen wir das Konzept der Ableitung benötigen. Und wir starten mal mit Anwendung Nummer 1, Kapitel 12, die momentane Änderungsrate. Und dazu mal die folgende Beispielaufgabe. Die Höhe einer Pflanze wird näherungsweise durch die Funktion h beschrieben. h von t ist minus 1,18 t hoch 4 plus 1,3 t hoch 3. So weit, so gut. h beschreibt dabei die Höhe dieser Pflanze in Zentimetern und t die Zeit in Wochen. Der Betrachtungszeitraum erstreckt sich über 5 Wochen. Und daran bitte auch gewöhnen, nicht alle Funktionen in der Klausur oder im Abi heißen f von x. Unser h ist jetzt in dem Fall unser f und unser t ist in diesem Fall unser x. Ansonsten machen wir alles genauso. Aufgabe lautet, berechne die momentane Wachstumsgeschwindigkeit der Pflanze nach der zweiten Woche. Die momentane Wachstumsgeschwindigkeit der Pflanze, das ist die momentane Änderungsrate der Funktion h. Und zwar bei t0 gleich 2. Warum 2? Weil hier nach der zweiten Woche steht. Gut. Lösungen. Relativ simpel, wir müssen zwei Dinge tun. Momentane Wachstumsgeschwindigkeit der Pflanze. Nach der zweiten Woche ist die momentane Änderungsrate der Funktion h bei t0 gleich 2. Gesucht ist also der Ableitungswert h' von 2. Step 1 also. Bilde die Ableitungsfunktion h'. h von t steht hier. Minus ein 18. t hoch 4 plus ein Drittel t hoch 3. Wir leiten ab. Erstmal Summenregel. Wir können die beiden Summanden einzeln ableiten. Minus ein 18. Faktorregel bleibt stehen. Dann t hoch 4 Potenzregel. 4 kommen nach vorne. Minus 4 18. Oben 4 minus 1 ist 3. Zweiter Summand. Ein Drittel bleibt stehen. Durch Potenzregel kommt die 3 nach vorne. Ein Drittel mal 3 ist 1. Oben einer weniger. 3 minus 1 ist 2. Wenn es hier zu schnell geht, wieder. Video pausieren. Selber eine Runde. Kurz eine Notiz machen. Und gucken, ob das genauso rauskommt bei dir. Das ist hier die Ableitungsfunktion h'. Und da setzen wir jetzt t0 gleich 2 ein. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Kopfrechnen. t hoch 3 ist 2 hoch 3. Und t Quadrat ist 2 Quadrat. Dann haben wir 2 hoch 3 ist 8. Minus 4 mal 8 ist minus 32. 2 Quadrat ist 4. Minus 32 Achtzehntel plus 4. Schön im Kopf rechnen. 4 auf Achtzehntel bringen, haben wir 72 Achtzehntel. Und minus 32 Achtzehntel plus 72 Achtzehntel sind 40 Achtzehntel. h' von 2 sind 40 Achtzehntel. Das ist ein Rundungswert von ca. 2,2. Im Abi würde ich jetzt hier noch einen Antwortsatz schreiben. So was wie die momentane Wachstumsgeschwindigkeit nach der zweiten Woche beträgt ca. 2,2 cm je Woche. Wenn das jetzt eine reine Funktion wäre und wir nur die momentane Änderungsrate berechnen würden, dann würde ich 40 Achtzehntel so stehen lassen oder 20 Achtzehntel irgendwie noch kürzen oder so. So wäre hier auf jeden Fall die Lösung. Setting hier mit dieser Pflanze. Die Aufgabe momentane Wachstumsgeschwindigkeit. Dann hier die Lösung mit zwei Steps und noch ein schöner Antwortsatz dabei. Die zweite Anwendung, Kapitel 13, Tangentensteigung. Wir geben es die Funktion f durch die Funktionsgleichung f von x gleich e hoch 4x plus 1. Wir suchen die Steigung der Tangente an der Stelle x0 gleich 0. Die Lösung erfolgt analog zu Kapitel 12. Wir suchen den Ableitungswert f' von 0. Step 1 also, bilde die Ableitungsfunktion f'. Step 2, setze x0 gleich 0 ein. Ableiten werden wir hier mit der Kettenregel. Die innere Funktion heißt 4x plus 1, die äußere Funktion heißt e hoch. Innen ableiten. 4x plus 1 abgeleitet 4. Das ist die Ableitung der inneren Funktion. Ableitung außen. E hoch bla 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 bleibt bestehen. f' von x ist 4 mal e hoch 4x plus 1. Jetzt setzen wir noch für x0 gleich 0 ein hier oben. Einfach 0 einsetzen. Da haben wir f' von 0 gleich 4 mal e hoch. 4 mal 0 plus 1. Und dann haben wir 4 mal e. Und das ist jetzt hier die Steigung. m ist gleich 4e. Die Steigung der Tangente an den Graphen gf an der Stelle x0 hat den Wert m gleich 4e. Rundungswert brauchen wir jetzt hier nicht. e ist ja ca. 2,7. Würde man noch mit 4 multiplizieren. Hier kann man aber einfach 4e stehen lassen. Das wäre die Steigung der Tangente. Daraus könnte man jetzt zum Beispiel noch eine Tangentengleichung basteln. Dann würden wir den Berührpunkt nehmen oder die Koordinaten des Berührpunktes. Dann die Steigung. Und dann hinten noch den Ordinatenabschnitt berechnen. Gibt es auch schöne Rezepte dazu. Verlinke ich dir auch wieder unten in der Infobox. Kannst du gerne mal reinschauen. Wenn du dich dafür interessierst, wie du ganze Tangentengleichungen aufstellst. Anwendung 2. Auf jeden Fall die Tangentensteigung. Weiter geht es mit einem absoluten Klassiker. Die dritte Anwendung. Hier Kapitel 14. Extremstellen. Gegeben ist die Funktion g durch ihre Funktionsgleichung. g von x ist gleich x² minus x minus 2. Aufgabe. Rechne die Extremstelle der Funktion g. Und dazu gibt es ein ganz zauberhaftes Rezept, das du immer anwenden kannst. Und das sieht wie folgt aus. Lösung hier. Gesucht ist die Lösung der Gleichung g' von x e ist gleich 0. Und dazu notierst du am besten in Step 1 die notwendige Bedingung. g' von x e ist gleich 0. g' von x e ist gleich 0. Alle x-Werte, die diese Gleichung erfüllen, können Extremstellen sein. In Step 2 machen wir genau das, was hier steht. Nämlich Strich ableiten. Wir bilden g' von x. Ableitung von x² minus x minus 2. Ziemlich simpel. g' von x ist 2x minus 1. Das ist hier die Ableitungsfunktion. Diese Funktion beschreibt die Steigungen von dieser Funktion. In Step 3 lösen wir diese Gleichung. Also wir lösen die Gleichung 2x e minus 1 ist gleich 0. Wir setzen die erste Ableitung 0, weil an einer Extremstelle oder an einer Extremstelle, in einem Extrempunkt, hat die Funktion ja keine Steigung. Steigung ist 0. 2x e minus 1 ist gleich 0. Wir addieren 1. 2x e ist 1, teilen durch 2 ist x e gleich 1,5. Das ist hier die mögliche Extremstelle. Mögliche Extremstelle könnte ja noch eine Sattelstelle sein. Bei quadratischen Funktionen geht das nicht. Aber theoretisch würden wir jetzt noch in Step 4 den Vorzeichenwechsel in der Monotonietabelle untersuchen. Wir schauen also, ob sich, naja, die Monotonie an dieser Stelle ändert. Weil das brauchen wir ja, damit wir hier eine Extremstelle haben. Wir gucken also ein bisschen links von der Extremstelle. Da wäre 0. 1,5 ist ja 0,5. Ein bisschen links davon ist 0. Ein bisschen rechts davon ist 1. Und setzen 0 und 1 hier oben in die erste Ableitung ein. 0 hier einsetzen. 2 mal 0 minus 1 ist minus 1. 2 mal 1 minus 1 ist 2 minus 1 ist 1. Wir sehen hier einen Vorzeichenwechsel vom Minus nach Plus. Vorzeichenwechsel vom Minus nach Plus. Plus G nimmt also bei Xe gleich 1,5 ein Minimum ein. Fallend entsteigend. Und die Extremstelle Xe heißt 1,5 oder hat einen Wert von 0,5. Xe gleich 1,5. So, und vielleicht sagst du jetzt noch sowas wie, naja, hier fehlt aber noch die Y-Koordinate. Würde ich sagen, ja stimmt. Wenn die Aufgabe lauten würde, gib die Koordinaten des Extrempunktes an. Hier aber nur, ne? Berechne die Extremstelle. Stelle heißt immer X-Wert. Punkt heißt immer X und Y. Da schön drauf achten. Rezept für die Extremstelle hier hat 4 Steps. Rezept für den Extrempunkt hat eben noch 5 Steps, weil wir Xe dann noch in die Ausgangsfunktion einsetzen würden. Relativ easy. Wendestellen, das ist die vierte Anwendung und hier Kapitel 15. Gegeben ist die Funktion J. Durch die Funktionsgleichung J von X ist X3 minus 2X plus 1. Aufgabe berechnet die Wendestelle der Funktion J. Auch wieder ein Rezept, das wir easy anwenden können. Die Lösung der Aufgabe funktioniert wie folgt. Wir suchen die Lösung der Gleichung J2' von XW ist 0. Die zweite Ableitung, wenn die 0 wird, oder alle X-Werte, die dafür sorgen, dass die zweite Ableitung 0 wird, die können Wendestellen sein. Und deswegen Step 1. Notiere die notwendige Bedingung. J2' von XW ist 0. Zweimal ableiten und 0 setzen. Machen wir in Step 2. Wir nehmen uns diese Funktion hier. J von X leiten sie einmal ab, leiten sie zweimal ab. X hoch 3 ist abgeleitet 3X². Minus 2X ist abgeleitet minus 2. Und 1 wird laut Konstantenregel zu 0 beim Ableiten. Dann haben wir J' von X gleich 3X² minus 2. J2' hier in Zeile 6. 3X² ist abgeleitet. 6X minus 2 wird laut Konstantenregel auch wieder zu 0. Und jetzt können wir in Step 3 diese Gleichung lösen. 6XW ist gleich 0. Wir setzen diese Gleichung 0 und rechnen hier den XW-Wert aus. Das ist in dem Fall 0, weil wir noch durch 6 rechnen können. Jetzt machen wir in Step 4 oder überprüfen wir in Step 4 noch, ob es einen Vorzeichenwechsel in der sogenannten Krümmungstabelle gibt. Wir gucken also, ob sich das Krümmungsverhalten ändert, das ja mit der zweiten Ableitung hier beschrieben wird. Wir setzen also einen Wert, der ein bisschen kleiner ist als XW, also 0, in die zweite Ableitung ein. Ein bisschen links, ein bisschen kleiner von 0 liegt minus 1. Ein bisschen rechts, ein bisschen größer als 0 ist 1. Das setzen wir hier bei 6X ein. Minus 1 bei 6X ein, setzen 6 mal minus 1 ist minus 6. 1, ihr einseitzsetzen, 6 mal 1 ist 6. Wir sehen einen schönen Vorzeichenwechsel von minus nach plus. Der Graph der Funktion wäre also erst rechts gekrümmt, zweite Ableitung negativ und dann links gekrümmt, zweite Ableitung positiv. XW ist 0. Das ist hier der Wert, den wir auch hier schon in Zeile 9 rausbekommen haben. XW gleich 0, das ist die Wendestelle. Und damit wären wir hier fertig. Wenn du den Wendepunkt angeben möchtest, brauchst du wieder Step 5. Musst du XW gleich 0 hier oben einsetzen und würdest 1 rauskriegen. Wenn der Punkt hätte also die Koordinaten 0,1. Wendestelle, und die war ja gesucht, hat den Wert XW gleich 0. Gerne dieses Rezept genau so ausführen. Wir kommen zur Zusammenfassung und die ist nochmal richtig wichtig. Grundsätzlich, dieses Skript, das ich hier für dieses Video erstellt habe, kannst du dir kostenlos auf meiner Homepage runterladen. Mathe-mit-rig.de Link zur Homepage. Packe ich dir unten in die Infobox. Schau da gerne mal rein. Der Begriff Ableitung ist eng verknüpft mit dem Begriff Steigung. Wenn du irgendwo in der Klausur oder im Abi den Begriff Ableitung liest, denkst du am besten direkt an den Begriff Steigung und andersrum. Diese beiden Begriffe, die hängen eng miteinander zusammen. Ableitung, Steigung. Steigung, Ableitung. Zweitens. Ableiten von F erzeugt eine neue Funktion, die Ableitungsfunktion F'. Die Ableitungsfunktion F' beschreibt die Steigung der Funktion F an jeder Stelle x0. Bedeutet, wenn du eine Funktion ableitest und dann einen x-Wert einsetzt, bekommst du die Steigung der Ausgangsfunktion an genau dieser Stelle x0. Funktion ableiten, x einsetzen und du bekommst die Steigung bei x0. Nice. Viertens. Unterscheide die folgenden Begriffe ganz präzise. Das muss ganz doll klar sein, was diese unterschiedlichen Begriffe bedeuten. Der Ableitungswert ist eine Zahl. Er beschreibt die Steigung an einer Stelle. Die Ableitungsfunktion ist eine Funktion. Das sind die Steigungen an jeder Stelle. Eine Ableitungsregel ist ein Tool. Davon gibt es insgesamt acht. Konstantenregel, Faktorregel, Potenzregel, Summenregel, Kettenregel, Produktregel, Quotientenregel. Und elementare Ableitungsregeln natürlich. Acht Ableitungsregeln gibt es insgesamt. Das sind alles Tools. Das schön unterscheiden. Wenn wir von einer Ableitung sprechen, sprechen wir meistens von Aspekt 2, also von einer Ableitungsfunktion. Aber versuch das im Kopf gut auseinander zu halten. Ableitungswert ist eine Zahl. Ableitungsfunktion ist eine Funktion. Ableitungsregel ist ein Tool. Ableitungsregeln, das ist hier Punkt Nummer 5, sind Tools. Du kannst sie gut üben. Ich verlinke dir in der Infobox weitere Videos in Playlisten sortiert. Da kannst du verschiedene Funktionen hoch und runter ableiten. Schau da gern mal rein. Also übe das Ableiten gut. Du musst auf jeden Fall gut ableiten können, wenn du in der Klausur oder im Abi gut performen möchtest. Und das ist wirklich ein elementarer Skill. Fürs Nicht-Können vom Ableiten gibt es keine gute Ausrede, weil du weißt, dass in der Klausur oder im Abi Ableiten auf jeden Fall drankommen wird. Also gut üben. Schau gern in die Videos. Punkt 6. Unterscheide die Bedeutung der verschiedenen Ableitungsgrade. Also f von x, quasi die 0. Ableitung, wenn man so möchte, das ist immer der Funktionswert. Also die Höhe des Graphen, wenn man so möchte. Die Höhe des Punktes. Wo liegt der? Wenn der Funktionswert positiv ist, dann über der x-Achse, kleiner als 0, unter der x-Achse, gleich 0, auf der x-Achse. F' von x. F' von x, das ist die Steigung. Wenn f' größer als 0, dann ist die Funktion dort steigend. Wenn kleiner als 0, eben fallend. Erste Ableitung gibt die Steigung an. Das war ja auch hier Punkt 1, bei Ableitung, bei erster Ableitung immer an Steigung denken. Die zweite Ableitung hat was mit der Krümmung zu tun. Hatten wir auch bei der Anwendung Wendestellen. Zweite Ableitung größer 0, dann ist der Graph der Funktion links gekrümmt. Kleiner 0, rechts gekrümmt. Das gut unterscheiden, das ist im Abi wichtig. Das wird häufiger aufgegriffen. Aspekt Nummer 7, verwende das New-Schema oder das N-E-W-Schema, um Verbindungen herzustellen. Wir haben hier f', f' und f2'. n steht jeweils für die Nullstelle, e steht jeweils für die Extremstelle und w dann für die Wendestelle. Die Extremstellen der Funktion f' ermittelst du am besten über die Nullstellen der Funktion f'. Die Wendestellen von f' ermittelst du über die Nullstellen von f''. Also zweimal ableiten und dann 0 setzen. Das braucht man später auch, um irgendwie grafisch abzuleiten oder irgendwie so Grafen ineinander zu transformieren, wenn verschiedene Ableitungen gegeben sind oder so. Also da kann man gut reingucken, sowas wie Extremstelle der zweiten Ableitungsfunktion ist die Wendestelle der ersten Ableitung und so weiter. Also das New-Schema, N-E-W-Schema, je nachdem, kann man auch gut nutzen, um Verbindungen zwischen diesen Ableitungsfunktionen herzustellen. Und das wäre hier mein siebter Aspekt. Und ich denke, das ist dann so in etwa alles, was wichtig ist zum Konzept der Ableitung. Uiuiui, das war eine ganze Menge. Aber wenn du gut aufgepasst hast und mitgeschrieben hast und dir vielleicht das Skript runtergeladen hast, dann hast du jetzt alles beisammen, was du brauchst, um beim Thema Ableiten so richtig, richtig abzuliefern. Wir haben uns die Begriffe angeschaut. Ableitungswert, Ableitungsfunktion, Ableitungsregel. Haben uns die acht Ableitungsregel, die es in der Schule gibt, angesehen. Und noch vier verschiedene Anwendungen hier uns exemplarisch angeschaut. Wenn du das alles verstanden hast und das noch ein bisschen mit den Videos, die ich dir unten verlinke, übst, dann sehe ich gute Chancen, dass du dein Abi sehr, sehr gut machen wirst. Schau gerne nochmal in die Infobox unten rein, was ich da noch so verlinkt habe. Hier siehst du die Videos, die ich als nächstes empfehlen würde. Und da würde ich sagen, sehen wir uns. Ich freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen und bleib stark. Dein Rick. Das war eine ganze Menge. Aber sehr, sehr cool. Uiuiui. Ich hoffe, man hat nicht gehört, wie mein Bauch ich knohte zwischendrin.